Halli-Hallöchen zusammen, hier ist wieder euer Rupi. Hey, schön, dass ihr wieder mal bei mir reinschaut. Tja, ich habe hier wieder ein Paketchen bekommen. Huch, was war das? Ah, genau, ein Pferdchen, ganz genau. Denn dieses Päckchen, dieses Paket ist vom Modellpferde-Versand. Das wird der oder die eine oder andere von euch garantiert kennen. Ist ein großer Online-Versand, wenn es um Sammelfiguren oder Modellpferde geht. Ja, wir machen jetzt ein Riesen-Unboxing und nein, es ist kein Pferd. Aber es bleibt trotzdem tierisch und es wird noch dazu tierisch interessant. Denn ich werde hier und heute einen funkelnagelneuen Dinosaurier auspacken. Und zwar ein Modell von der Firma Rebor. Und wir haben hier einen U-Tyrannus-Huali drin. Was? Ihr wisst nicht, was ein U-Tyrannus-Huali ist? Dann bleibt dran, wir werden das uns zusammen anschauen. Und ich denke mal, das wird auch einigermaßen spektakulär. Denn wir haben es hier mit einem ganz, ganz neuen britischen Hersteller zu tun. So, und während ihr euch dieses wunderschöne Paket mit abgeklebter Adresse noch ein Weilchen anguckt, erzähle ich euch noch was zum Modellpferde-Versand. Und das möchte ich hier wirklich machen, denn das hat dieser Shop auch wirklich mal verdient. Und als ich nämlich das Bild von diesem Dinosaurier sah, bin ich etwas erschrocken, als mir dazu der Preis ins Auge fiel. Und der ist für eine Figur von dieser Größe, von dieser Machart schon ein bisschen kernig. Drum interessiert es mich umso mehr, wie die Figur hier gemacht wurde, gestaltet, modelliert, vor allem auch bemalt. Und ich wollte mir unbedingt mal ein Bild von diesem Modell machen, um einfach auch mal zu sehen, hey, neuer Hersteller, lohnt sich das? Weitere neue Figuren, die von ihm kommen werden, auch ein bisschen zu verfolgen, zu beachten, zu sammeln? Oder ist das jetzt irgendwie eine Machart, die so irgendwie komplett an mir vorbeigeht? Und darum bin ich jetzt auch umso mehr auf den Inhalt dieses Paketes gespannt. Und muss schon sagen, ich war mehr als nur freudig überrascht, wie positiv mir das Team hier entgegenkam. Also vielen, vielen herzlichen Dank an dieser Stelle an das Team von Modellpferdeversand. Finde ich wirklich großartig von euch. Und wenn mir jemand so entgegenkommt, dann komme ich dem auch gerne entgegen. Und möchte einfach mal kurz ein paar Worte zum Modellpferdeversand verlieren. Und zwar, wenn ihr den Online-Shop besucht, wird vermutlich jedes Sammlerherz höher schlagen. Denn das Programm, was ihr hier geboten bekommt, kann sich wirklich sehen lassen. Modellpferdeversand hat viele exklusive Geschichten. Gerade was zum Beispiel Zubehör zu Modellpferden anbetrifft. Oder Modellpferde von allen möglichen Herstellern. Und damit ich hier nicht immer Modellpferdeversand sagen muss, was zugegeben wirklich langes Wort ist, kann man das auch abkürzen mit MPV. Das mache ich jetzt. Also ihr findet hier zum Beispiel MPV-Exklusiv. Ihr findet hier einen MPV-Trackshop. Eine Sattelkammer. Ihr findet hier eine MPV-Grustelkiste. Ihr findet ein Antiquariat. Eine Sammlerecke. Es gibt Breier-Modellpferde. Peter-Stone-Modellpferde. Eine MPV-Resin-Line. Sandicast. Collect-A-Figuren. Schleichfiguren. Bulli-Land. Moschee-Figuren. Safari Limited. Papo. Rebore. Mayan Borges. Australian Animals. Brunnenfiguren. Und noch einiges mehr zu dem Modelliermasse. Also Apoxie. Ihr findet eine Bastel-Ecke. Viel, viel Bastelzubehör. Und sogar Figuren von Bella Sara. Ich denke mal, da werden vor allem die Herzen von Sammlerinnen höher schlagen. Von Pferdefreundinnen. Da seid ihr bei diesem Job genau richtig. Also das nur ganz kurz zum Modellpferdeversand, kurz MPV. Ach du liebe Zeit, jetzt habt ihr euch so lange den Karton anschauen müssen. Jetzt packe ich den ganz schnell aus. Okay, das Interessante ist ja bei diesem Hersteller, dass die Figuren nicht einfach in einer Plastiktüte kommen. Nein, sondern ganz exklusiv in einem Karton. Ja. Das ist also irgendwo ja schon eine Deluxe-Line. Eine Deluxe-Linie. Richtig schön edel gemacht. Aha. Oh, nochmal extra eingepackt. Okay. Karton ist leer. Schauen wir mal, was sich hier drunter verbirgt. Ah, hier haben wir den Karton. Eine Größe von einem Schuhkarton. So sieht es also aus. Wow, cool. Schön. Extra nochmal in einer Tüte drin. Ist ja klasse. Also, schneide ich auch gleich auf. Sehr schön. So. Gleich den Tisch hier ein bisschen sauber machen. Mit Vorlein Staubwedel. Jawohl. Ja, und so sieht das ganze Stück aus. Klasse. Ein edler, schwarzer Karton. So schaut es also aus. Das gefällt mir schon mal richtig gut. Wir sehen hier das Skelett, beziehungsweise die Umrisse in Weiß von diesem Jutyrannus Huali. Also, der Y-Rex auf Deutsch gesagt. Prototyp Yogo. Scale 135. Sprich, der Maßstab der Figur. Und hier unten rechts haben wir das Logo von dem Hersteller Rebor. Und die Abbildung von diesem Dinosaurier ist wirklich sehr interessant. Denn ihr seht in diesem weißen Feld genau die Knochen, die man von diesem Dinosaurier gefunden hat. Das finde ich ja mal wirklich eine weltklasse Idee. Das gefällt mir hammermäßig gut. Also, dieser Karton ist hier zweifarbig bedruckt. Einfach schwarz und weiß. Ich drehe es mal ein bisschen. So, und hier haben wir noch hinten ein paar Hinweise. Links das Logo Rebor 2014. Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren. Das ist ja irgendwo klar, denn wir haben es hier mit einem Sammlermodell zu tun. Also, das gefällt mir schon mal richtig gut. Schöne, edle Verpackung in diesem schwarz und weiß. Ich habe ja auch immer ein bisschen den Preis im Hinterkopf. Und das ist schon mal ein richtig schöner, erster, guter Eindruck. Falls euch der Preis zu dieser Figur interessiert, dann schaut einfach mal in den Online-Shop vom Modellpferdeversand rein. So, und während sich dieser Karton hier jetzt noch ein bisschen dreht, werde ich euch noch ein paar Fakten zu diesem, ja, relativ neuen Hersteller Rebor und zu diesem Modell hier sagen. So, ich fange jetzt einfach mal mit dem Begleittext von Rebors Juteranus an. Man sollte wissen, dass dies hier meines Wissens nach die erste Figur von diesem Hersteller ist. Und wir haben es hier mit einer Größe zu tun von circa 26,7 Zentimeter in der Länge und 8,6 Zentimeter in der Höhe. Die einzigen Funde dieses Dinosauriers stammen aus China. In der Xi'an-Formation wurden einige vollständig erhaltene Skelette gefunden. Der Juteranus ist bis dato die größte Saurierart, bei der man Federwuchs nachweisen konnte. Zudem ist der aus der Unterkreide stammenden Huali die einzige derzeit bekannte Unterart dieser Sauriergattung. Schätzungen zufolge war dieser Saurier 9 Meter lang und wog um die 1400 Kilogramm. Aha, das könnte mein verschollener Bruder sein. Und das Kunststoffmodell aus Hartgummi ist in einem Stück gegossen und kommt mit einem Sockel aus Kunststein. Der Saurier kann auch ohne Sockel stehen. Und der Maßstab, wie ihr es hier schon auf dem Schuber seht, beträgt 1 zu 35. Also auch das ist ein wirklich sehr, sehr interessanter Materialmix, den man hier auf den Markt bringt. Das Modell selber ist aus Kunststoff, aus Hartgummi und der Sockel. Die Base ist aus Kunststein, also eine Art Resin, Kunstharz, wie auch immer man das nennen möchte. Und das finde ich ja schon mal echt interessant. Habe ich so in dieser Art noch nicht gesehen. Ja, dann noch was zu dem Hersteller selber, zu Rebohr. Dieser Y-Rex, sage ich jetzt einfach mal, ist mehr oder weniger das Einführungsmodell des Herstellers für alle Dino-Fans. Und sie haben sich in einem Forum mehr oder weniger mit folgenden Worten vorgestellt. Wir sind Rebohr oder Rebohr, eine britische Marke, die Dinosaurier-Repliken oder Replikas in einer Museumsklasse, Museumsqualität entwickelt und produziert. Und der Name Rebohr wurde aus dem Wort Reborn kreiert. Reborn heißt so viel wie wiedergeboren. Und ihre Ambition ist es, mit ihrer Herstellung von realitätsnahen Dinosaurier-Modellen in die obere Klasse der Dinosaurier-Hersteller aufzusteigen und somit den Dinosauriern wieder ein bisschen Leben einzuhauchen. Und das allererste Modell, was sie hier auf den Markt bringen, ist tatsächlich der U-Tyrannus Huali. Ja, dieser Release, diese Veröffentlichung ist natürlich auch irgendwo geschickt gewählt, denn ihr wisst ja, 2015 soll der neue Jurassic-Film in die Kinos kommen. Auf den sind natürlich alle Dinosaurier-Fans gespannt. Und auch ich bin gespannt, ob dieser Film wieder so eine kleine, ja, Dino-Welle auslösen wird. So ein Dino-Boom, wie wir es damals in den 90er erlebten. Da kann man wirklich drauf gespannt sein. So, also, das zu dem Hersteller Rebohr und zu seinem ersten Modell geschwind ganz kurz allgemein zusammengefasst. Jetzt würde ich sagen, packen wir diesen Karton schön in aller Ruhe aus. Und ich bin echt wie selten gespannt, was mich hier erwarten wird. Also Rupi, komm, geh's an! Okay, wen es interessiert, der Karton hier hat eine Größe von 31 cm in der Länge. Wir haben hier eine Höhe von 18,2, 18,3 cm und eine Tiefe von ca. 7,8 cm. So, und der Karton an sich befindet sich hier in diesem schwarz-weißen Schuber. Mal gucken, ob ich den so rauskriege. Jawohl, geht wunderbar. Ich kann das so abziehen. Jawohl. So, das hier ist der Schuber, wo der Karton hier drin steckt. Dann haben wir hier unseren Karton an sich. So, und den werde ich jetzt mal aufmachen. Könnt ihr hier unten einfach hochziehen und zurückklappen. Oh, was haben wir denn hier drin? Schaumstoff mit der Form des Dinosauriers. Okay, so, was haben wir hier noch dabei? Aha, eine Karte mit Infos zu Jutyrannosaurus. Das spiegelt jetzt brutal. Ich schneide es mal schön hier auf. Dann kann ich die Karte hier rausholen. So, ich mag das nicht aufreißen, weil ich die Karte da später wieder reinschiebe. So, jetzt lassen Sie das mal angucken. Also, hier ein paar Fakten, ein paar Details. Eine schön bedruckte Karte, sieht aus wie so ein altes Papier. Wir finden hier den Schädel. Von unserem gefiederten Dinosaurier hier die Karte mit dem Fundort. Dann hier Bilder von dem Fossil. Hier sehen wir ein Schwanzstück. Und an den Pfeilen könnt ihr erkennen, wo man noch die Federn hier sehen kann. Dann haben wir hier noch den fossilen Schädel. Echt klasse. Und hier nochmal das Bild. Ein Größenvergleich zum Menschen. Und hier nochmal abgebildet die Knochen, beziehungsweise die Fundstücke von diesem Dinosaurier. Also, das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Tolle Dreingabe. So, in Postkartengröße. Cool. Na, das fängt doch gut an. Ja, dann haben wir hier noch diesen Kunststoff, diesen Schaumstoff. Mit dem Umrissen von unserem Dinosaurier. So, soll ich das mal rausholen? Interessiert mich jetzt ja schon, ne? Also, hier haben wir auch noch ein größeres Teil. Das kann man rausnehmen. Aha. Das ist die Base, der Untergrund. Aus Kunststein. Das hole ich auch mal raus. Schaut euch mal an, wie dick das ganze Ding hier ist, ne? Das alleine ist ja schon ein Dinosaurier. Ist ja der Hammer, die beiden Teile. Schön. Also, und so schaut es aus, wenn das aufgeklappt ist. Hier seht ihr schon das Modell von dem Dinosaurier. Und ich kann euch jetzt schon sagen, das, was ich alleine hier schon durch die Folie sehe, ähm, ja, das sieht schon mal richtig gut aus. Okay, okay, okay. Also, das alleine finde ich ja jetzt schon mal eine Weltklasse Verpackung. So ist die Figur wirklich optimal geschützt. Sowohl beim Transport, als auch bei der späteren Aufbewahrung. Wenn ihr die Figuren jetzt nicht unbedingt in eine Vitrine stellt. Gibt ja auch ganz viele Sammler. Die kaufen sowas und lassen das dann komplett zusammen. Weil sie unter Umständen keinen Platz zum Aufstellen haben, wie euer Rupi. Ja, 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 ja. So ist das. Also, jetzt schiebe ich hier unseren Kunststoff-Dinosaurier wieder in diese Form hier rein. Also, das finde ich schon mal Weltklasse. Hier noch das Stückchen von der Base. Halt so rum. Oh, schaut aus wie Daumen nach oben, oder? Also, das, was ich bis jetzt gesehen habe, ist wirklich Daumen nach oben. Cool. Also, schiebe ich auch hier rein. Und jetzt nehmen wir das ganze Ding hier im Gesamten raus. So. Jawohl. Schaut euch mal an, wie dick das Teil hier ist. Wahnsinn. Fast so dick wie die ganze Schachtel. Das ist von der Rückseite her gesehen. Toll. Also, ich bin mehr als positiv überrascht. Und hier haben wir die Base und den Dinosaurier. Fangen wir mal mit der Base, mit dem Untergrund an. Okay. Also, das ist tatsächlich aus Resin, aus Kunststein. Das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Klasse modelliert. Sieht aus wie ein richtig schönes Felsenstück. Auch die Bemalung, absolut okay. Toll gemacht. Die ganzen Risse, die Kleinigkeiten, die kleinen Steinchen dazwischen. Das sieht schon mal richtig gut aus. Auch auf der Seite haben sie schön modelliert. Klasse gemacht. In den typischen Stein-Farben. Ich gucke auch immer, ob ich hier irgendwie eine Signatur finde oder einen Stempel. Eine Prägung vom Hersteller oder vom Künstler. Der Figur, das sehe ich jetzt hier auf den ersten Blick nicht. Fällt euch was auf? Ich habe erst gedacht, das hier wären vielleicht Initialen. Aber ist auch nichts. Ja, die Unterseite hat man glatt und einfach nur schwarz gemacht. Was mir hier noch fehlt, sind Kunststoffnoppen. Damit ihr die Unterseite bzw. die Oberseite von eurer Vitrine oder dem Glasboden nicht verkratzt. Das hat man hier versäumt drauf zu machen. Das hätte so eine Figur noch definitiv verdient. Aber okay. Ist jetzt nicht wirklich ein Abzug in der B-Note. Ja, weil mir das Felsstück an sich richtig gut gefällt. Klasse. Und hier können wir dann unseren Dinosaurier irgendwie draufstellen. Aber wirklich, pass auf. Denn die Unterseite hier ist ein klein bisschen grob. Das lässt sich fast gar nicht vermeiden. Ja, wenn ihr es tatsächlich in eine Glasvitrine reinstellt oder auf eine lackierte Oberfläche. Dann müsst ihr aufpassen, dass ihr das nicht einfach so rumschiebt. Denn dann könnt ihr wirklich das Material verkratzen. Okay. Aber das sieht schon wirklich richtig gut aus. Gefällt mir richtig gut. Der eine oder andere wird jetzt denken, ja Mann, Rupi, das ist ein Stückchen Stein. Jetzt kriegt ich mal wieder ein. Ja, ja. Natürlich ist ein Stückchen Stein nachgemacht. Aber ihr glaubt nicht, was ich da schon für Müll in meinen Händen hatte. Unfassbar schlecht gemacht. Und das muss ich sagen, das haben sie hier schön gemacht. Auch die Bemalung, schaut es euch an. Richtig klasse. Sieht aus wie echt. Schön gemacht. Und ja, ich stelle das hier auf die Mitte und halte mit der Kamera drauf, denn mich interessiert es zu sehen und zu drehen. Oh, hat sich gereimt. Klasse. Also, so sieht das Stückchen aus. Klasse gemacht. Kann mir schon jetzt vorstellen, dass da der Dinosaurier richtig klasse drauf aussehen wird. Cool. Also bis jetzt bin ich wirklich durch die Bank positiv überrascht. Und die Kunststoffnobben wären wirklich noch das Tüpfelchen auf dem I gewesen. Aber egal, so weit, so gut. Was haben wir hier für eine Größe? Am längsten Punkt gemessen sind wir hier bei circa 13,3 Zentimeter in der Länge. Und wir haben hier eine Höhe am höchsten Punkt gemessen von, ja, 3,1 Zentimeter. Also, klasse Fels. Das fängt doch schon richtig gut an. Okay, jetzt zu unserem U-Tyrannus Huali. Oder wie auch immer man den richtig ausspricht. So, hier noch in der Verpackung drin. Also, ich darf euch sagen, das, was ich hier jetzt schon sehe, ist schätzungsweise eines der besten Modelle, was ich seit langem in meinen Händen halten durfte. Das darf ich hier mal wirklich sagen. Boah, cool. Also, ich packe ihn mal aus. So, schaut ihn euch an. Leute, die Farben sind ja wohl der absolute Knaller. Das Modell an sich, boah, irre. Muss ich erst mal hier so auf mich wirken lassen. Die Bemalung von dem Kopf, Hammer. Ja, und das Ding ist aus einem Stück gegossen. Naja, nicht ganz. Denn wir haben hier ja noch den beweglichen Kiefer. Den können wir aufklappen. Ah, toll gemacht. Toll gemacht. Wow. Klasse. Ja, also, der Kiefer wurde so gesehen extra gegossen. Ja, und hier angebracht. Von dem her nicht ganz aus einem Stück. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich hier anfangen soll zu gucken. Also, ein richtig schönes Modell. Fangen wir doch einfach mal am Kopf hier an. Ja, pfeift es euch rein. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was haltet ihr davon. Ich darf euch sagen, live ist das Ding der absolute Knaller. Schaut euch die Beschubung an. Die Haut. Ja, die kleinen winzigen Perlen, die sich hier abwechseln. Mal größer, mal kleiner. Auch unterschiedlich in Form und Höhe. Wie es hier auf den Kopf modelliert wurde. Das Auge liegt richtig schön tief drin. Ist also nicht nur so ein dunkler Schatten drumherum gemalt. Ne, es liegt richtig schön tief im Schädel drin. Die Pupille hat man hier, wie es aussieht, golden bemalt. Mit einem schwarzen Punkt drin. Und es glänzt auch toll. Klasse. Also jetzt schon ein ganz, ganz fettes Lob. An Rebore. Das habt ihr mal richtig klasse gemacht. Vor allem an dieser Stelle. Viele, viele Grüße an den Modelleur, an den Skulpteur dieser Figur. Klasse Arbeit. Great Work. Klasse. Die Hautfalten um den Kopf hier rum. Selbst hier vor der Schnauze, vor der Nase. Nochmal eine schöne Vertiefung drin. Die kleinen Hörner hier. Toll. Auch die Zähne. Super bemalt. Überall noch ein bisschen so Blut dran. Man hat hier auch kein reines Weiß genommen, sondern eher so ein Creme. Und das finde ich umso realistischer. Denn der Kollege hat sich mit Sicherheit nicht jeden Abend die Zähne geputzt. Wahnsinn. Auch hier seht ihr schon ein kleines Muster, was sich im Verlauf über den Hals ein bisschen deutlicher herauszeichnet. Schön. Dann hier vor allem die Federn, die sich über den Kopfrücken hier ziehen. Über den Hals bis über den Rücken und leicht hier in die Arme und Hinterbeine rein. Klasse. Zieht sich durch bis zum Schweif. Und hier haben wir auch eine kleine, ja, wuschelige Federspitze. Klasse. Hammer. Also ich muss nochmal zurückkommen zu diesem Kopf. Also der ist wirklich fantastisch. Die Schuppen sind hier ganz, ganz großartig modelliert. Fantastische Details auch in der Bemalung. Und das ist mal eine Figur, die sogar noch besser aussieht als auf den Produktbildern. Leute, das ist selten genug. Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Auch das Maul, die Unterseite großartig gemacht. Vor allem, ihr seht hier nicht, dass das Teil hier anmontiert ist. Ganz, ganz toll gemacht. Und ihr könnt es auch ein Stück weit öffnen. Ihr seht hier das Fleisch zwischen Ober- und Unterkiefer. Die Zunge nicht übertrieben rot bemalt, sondern wirklich schön realistisch. Die Zähne einzeln modelliert, großartig bemalt. Keine Farbschmierer, gar nichts. Ein super Paintjob. Boah, Leute, echt. Ich bin wirklich von den Socken. Großartig. Die Farben, so einfach die auch sind, ja. Wir haben hier Grau. Wir haben verschiedene Brauntöne. Wir haben Gelbtöne. Dann hier an der Schnauze natürlich, ne. Dieses Orange, dieses Gelb. Und diese, ja, nicht ganz schwarzen Streifen an den Flanken hier entlang. Und vor allem auch unruhig gemalt, ne. Nicht einfach nur gerade runter, sondern richtig schön ein bisschen mit den Streifen, mit den Flecken hier gespielt. Schaut euch die Hautfalten hier an. Die Bauchfalten. Ganz, ganz großartig. Dann auch die Seitenschlieren an seinen muskulösen Schenkeln hier. Ganz, ganz großartig gemacht. Der Übergang von diesem hellen Braun in dieses rötliche Braun hier unten. Auch die Krallen hier wunderbar einzeln herausgearbeitet. Boah, Leute, das ist ein ganz, ganz großartiges Modell. Wenn euch der Preis nicht abschreckt, dann holt euch das. Ich glaube, jeder Dinosaurier-Fan wird absolut begeistert sein, wie ich hier jetzt gerade. Auch die Beschubung am Bauch hier unten. Ganz anders wie an der Oberseite. Toll. Klasse. Auch mit Schlieren und Falten. Großartig gemacht. Selbst die Unterseite von seinen Füßen, von seinen Beinen hier. Noch modelliert. Nicht einfach nur glatt. Schön gemacht. Auch die Seitenklaue hier. Leute, das Ding ist absolut großartig. Was anderes kann man da gar nicht sagen. Auch die Haltung von seinen Klauen hier. Nichts Neues, aber toll gemacht. Ich meine, wie wir es auch anders darstellen. Die Falten hier. Ich bin begeistert wirklich von den Hautfalten. Die sind hier absolut natürlich gemacht. Und dann der Übergang von den Schuppen in die Federn hier rein. Ganz, ganz toll. Ganz, ganz toll. Wahnsinns Modell. Super schön gemacht. So, jetzt gehe ich mal hier nach hinten. Den Schweif. Auch hier die Streifen. Nicht nur einfach gerade runtergezogen, sondern ein bisschen mit der Form. Leicht halbrund hier aufgetragen. Ich kann es nur nochmal sagen. Ein wirklich weltklasse Paint Shop. Super Bemalung. Ganz großartig gemacht. Auch der After hier nicht extra einfach nur ein schwarzer Punkt reingesprüht. Nein, man hat auch hier eine Vertiefung rein modelliert. Man hat hier wirklich an alles gedacht. Ein richtig schönes, realistisches Modell. Wow, wow, wow. Und nochmal, wow. Ja, Rupi ist begeistert. Was für ein toller Dinosaurier. Hammermäßig. Großartig. Auch der Rachenraum hier. Sauber bemalt. Wirklich sauber. Selbst der Innenraum. Seht ihr die unterschiedlichen Vertiefungen im Rachenraum? Das ist weltklasse gemacht. Wirklich. Vor allem meine Begeisterung gilt diesen Zähnen. Tolle Farbe, die man hier rausgesucht hat. Und dann auch kein übertriebenes Rot, ja, sondern relativ dezent, aber wirklich sehr gekonnt in Szene gesetzt. Klasse. Hier nochmal ein paar Nahaufnahmen von dem Gefieder hier, was sich über den Rücken zieht. Doch, klasse, oder? Dann auch hier nochmal der Kopf in Nahaufnahme. Ihr seht die vielen Tiefen, die Höhen, die Grübchen. Vor allem auch das Farbenspiel. Ah, Leute, das ist Museumsqualität. So müssen Dinosaurier aussehen. Großartig. Wirklich großartig. Super gemacht. Mein lieber Scholli, da können sich ein paar andere Hersteller aber wirklich eine richtig fette Scheibe dran abschneiden. Das muss ich hier wirklich mal sagen. Ja. Gerade wenn man dann Bilder im Prospekt anschaut und kriegt dann die Modelle und ist dann meistens total enttäuscht von dem Paintjob. Was hier absolut nicht der Fall ist. Schaut euch die tiefen Schlieren hier an. Boah, klasse. Ich meine, hier überschlägt man sich jetzt auch nicht mit den Schuppen. Ja. Das wird hier auch relativ grob. Aber es ist trotzdem toll umgesetzt. Und dann halt auch noch die Bemalung. Das sind alles so die einzelnen Faktoren, die da noch dazukommen. Wahnsinn. Richtig schön. Und vor allem keine einzige Schmiererei. Nichts, gar nichts. Absolut sauber bemalt. Würde mich mal echt interessieren, wie lang der Painter an diesem Modell hier dran saß, bis das bemalt war. Und jetzt ist mir auch langsam aber sicher, der Preis für die Figur, klar. Aber wenn ihr euch dann, ach, das sieht auch so schon klasse aus, ne. Alleine schon von oben hier, ne, mit den Streifen am Rand, ne. Was wollte ich sagen? Ja, genau. Wenn ihr euch überlegt, wie viel letztendlich beim Hersteller so einer Figur an Geld hängen bleibt und was dann alles so unterwegs noch drauf kommt, ne. Wie wenig eigentlich der Produzent, der Hersteller dran verdient und sich dann überlegt, dass etwas zu so einem Preis hergestellt werden kann. Das ist für mich ein Wunder. Ehrlich. Wahnsinn. So, hier haben wir auch den Stempel. Ganz großes CE-Zeichen. Rebore TM 2014. Made in PRC. Ich glaube, People Republic China. Oder so irgendwas in der Art. Also Leute, Hammer. Jetzt mal gucken, ob er tatsächlich ohne seine Base steht. Ja, tut er. Ah, Leute. Leute, Leute, Leute. Das Ding ist Wahnsinn. Dino-Sammler. Das Ding solltet ihr euch zulegen. Der reine Wahnsinn. So, ich drehe den hier noch ein paar Mal, weil ich glaube, ich kann mich da echt nicht dran satt sehen. Was für ein wunderschönes, was für ein toll bemaltes Modell. Wahnsinn. Wahnsinn. Auch die Stellung, die Haltung so ein bisschen leicht schräg. Ich meine, hat man jetzt auch nicht das erste Mal gesehen. Aber die Umsetzung ist wirklich fantastisch. Absolut fantastisch. Schaut es euch an. Tja, was soll ich da noch sagen. Selbst mit so einem Maul sieht der wirklich weltklasse aus. Ich mache es mal zu. Der Blick, hammermäßig. Hat mich, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, ein bisschen an den Allosaurus von Papo erinnert. Aber der hier setzt echt nochmal, vor allem was die Bemalung anbetrifft, eine Schippe drauf. Hammer. So, jetzt noch ein bisschen von weiter unten gefilmt, damit ihr auch die unteren Details ein bisschen besser seht. Also, Weltklasse Modell. Ich bin verliebt. Was anderes kann ich gar nicht sagen. Was für ein wahnsinnig schön gemachter Dinosaurier. Tolles Modell von diesem neuen Hersteller. Wow. So, und jetzt setze ich ihn mal auf seine Base. Auf den Untergrund. Weiß gar nicht, warum er drauf gehört. Stell das einfach mal so hier her. Und guck mal. Ja, so gehört er drauf. Genau, habe ich doch richtig geschaut. Ah, Leute. Oder? 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 Muss ich da noch irgendwas sagen? Toll. Großartig. Großartig. So, ich drehe ihn einfach jetzt weiter. Das ist doch absolute Knaller. Auch der Materialmix. Absolut gelungen. Stört kein bisschen. Ich habe erst gedacht, ah, wenn ihr ein bisschen zeichnet, wenn ihr ein bisschen malt. Ihr wisst, Bleistift und Kohle passt zum Beispiel überhaupt nicht. Bleistift glänzt. Kohle ist matt. Und das sieht immer ganz schlimm aus. Und ähnlich könnte man meinen, wäre es auch mit diesem Materialmix hier von Resin, von Kunstharz und von PVC, von Plastik. Und das ist also absolut nicht der Fall. Kommt wirklich klasse. Und ich finde es auch großartig, dass man beides hier trennen kann. Es gibt viele Leute, die lieben Figuren, die auf einer Base stehen. Es gibt genauso viele Leute, die hassen das, die sagen, oh, ich möchte nicht immer so einen Untergrund sehen. Ich möchte die Figur alleine pur. Die möchte ich in meine Vitrinen stellen und sonst nichts. Von dem her ist das hier wirklich ganz, ganz toll gelöst. Ihr könnt selbst entscheiden, wollt ihr euren Dinosaurier auf den Felsen stellen? Oder wollt ihr den Dino, den Juteranus pur sehen, ohne Fels? So, jetzt habe ich seinen Maul nochmal geöffnet und drehen hier abermals eine Runde. Könnte ich mir stundenlang angucken. So begeistert bin ich von diesem wirklich super schön gemachten Modell. Ja, ich weiß nicht, dem einen oder anderen wird wahrscheinlich der Preis ein bisschen sauer aufstoßen. Denn er ist nicht wirklich günstig für diese Art von Sammelfiguren. Ich war da auch ein bisschen skeptisch, aber wie schon gesagt, vergesst es, wenn die Figur vor euch steht. Wenn euer Herz nur halbwegs so für Sammelfiguren, für Dinosaurier schlägt wie meines, dann werdet ihr mit dieser Figur hier glücklich. Das kann ich euch versprechen. So, jetzt nochmal ein bisschen von weiter oben. Jawohl, das muss jetzt einfach sein. Dann seht ihr ein bisschen mehr von dem Rücken, von diesem wunderbaren Modell. Wie oft habe ich schon wunderbar, klasse, hammermäßig gesagt in diesem Video. Scheißegal, es trifft tatsächlich zu. Wahnsinn. Leute, was ein großartiges Modell zum zwölftausendsten Mal. Und dazu noch in dieser wirklich toll gemachten Box, in diesem Pappschuber drin, mit einer Infokarte zu diesem wirklich traumhaften Modell. Was will das Sammlerherz mehr? Genau sowas möchte ich sehen. Lieber weniger Figuren produzieren, dafür schönere Figuren produzieren, liebe Hersteller. Viele Grüße an Rebohr, auch wenn ihr es nicht versteht. Many greetings to Rebohr. Absolutely fantastic. It's amazing. Leute, ihr habt einen super Job gemacht. Und ich freue mich schon jetzt auf alle kommenden Modelle. Wenn ihr diese Qualität beibehaltet, dann seid ihr jetzt schon meine Nummer 1. Aber wie schon gesagt, das hier ist jetzt mal das erste Modell. Man wird sehen, wie sich der Hersteller, der Produzent dieser Serie weiterentwickelt. Das wird wirklich spannend, diesen Weg hier zu beobachten. So, das Video ist schon wieder viel zu lange. Aber bei so schönen Modellen kann das gar nicht lange genug sein. So, und jetzt lasst uns nochmal die Größe vergleichen. Ich habe hier eine Angabe von 26,7 cm in der Länge und 8,6 cm in der Höhe. Tatsächlich haben wir hier eine Länge von ziemlich genau 27 cm und eine Höhe von knapp 11 cm. Ist also noch ein bisschen höher als beschrieben. Und wenn wir ihn hier auch noch auf seine Base stellen, dann wird das Modell gleich noch ein bisschen größer. Denn wir haben dann eine Höhe von 13 cm. Also, das nur noch zur Größe von unserem Y-Racks. Aber das war doch richtig schön jetzt. Ach, ich bin so begeistert. Und ich bin glücklich, so ein schönes Modell mal hier unboxen zu dürfen und euch zu zeigen. Mit solchen Modellen macht das Sammeln gleich doppelt und dreifach Spaß. Also Leute, das war's. Das war mein fantastisches Unboxing zu einem noch fantastischeren Modell des U-Tyrannus Wally, dem Y-Racks. Oder Y-Racks. Von Rebore, einem neuen britischen Hersteller am Figurenhimmel. Ich kann Rebore nochmal mehr beglückwünschen zu diesem wirklich tollen Modell. Eine absolut lohnenswerte Anschaffung für jeden Dinosaurier-Fan. Und wenn die kommenden Modelle genauso sind, kann ich nur sagen, wow! 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 Ja, ja und oh, 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 ja! So Hammer, Leute, so Hammer! Und an dieser Stelle nochmal viele, viele Grüße ans Team von Modellpferdeversand. Ihr macht einen wirklich super Job. Ihr habt einen super Job. Ich bedanke mich und verbleibe mit vielen, vielen Grüßen auch an euch alle, die ihr dieses Video heute hier angeschaut habt. Vielleicht wart ihr genauso begeistert wie ich von diesem tollen Dinosaurier-Modell von Rebore, der in dieser toll gepolsterten Box zu euch nach Hause kommt. Und jede Dinosaurier-Sammlung mit Klasse und Qualität bereichern kann. Also Leute, ich sag ciao, tschüss! Bis zum nächsten Mal, euer Jutyranus Rupi, dem Rupi-Rex der Unboxings. Bis zum nächsten Mal, tschüss!